das ist nur eine einleitung ich habe video eigentlich zu hause gemacht ja es geht um die farben schwarz weiß aber das ist halt alles nehmensächlich es geht auch um clowns es geht aber auch um schamanismus es geht um engel es geht um helfer ist das klingt so vielfältig kompliziert doch gehört das alles irgendwie zusammen ihr kennt doch diese weihnachtsterne die es immer weihnachtlich gibt auf pullis auf socken habe ich das sogar und so weiter was denkt ihr wieso das zu weihnachtszeit wieder gezeigt wird dieses thema so leute eine sache habe ich noch vergessen das ist auch nicht unwichtig weil heute ist das weg gebrochen das ist inanna stein hier lapis lazuli leute das dick ist heute weg gebrochen wieso ich will das thema clowns noch mal zeigen kachinas und meine eigene person auch die man da drin erkennen kann beziehungsweise auch meine lieblingsfarben das ist schon merkwürdig ich will damit nicht falsch verstanden werden ich möchte einfach paar dinge aufzeigen und zu diesem sache möchte ich noch sagen der ass ist so dick jetzt seht ihr die speichern wie viel platz da eigentlich ist dazwischen die muss ja während der fahrt also das dreht sich so dass man die speicher nicht mal sehen kann wenn ihr das sogar mit voller kraft versucht da rein zu werfen da kriegt ihr schwierigkeiten dieses dicke ast war komplett durch an beiden diesen streben fest stehen geblieben deshalb ist das hier raus gebrochen so was habe ich noch nie gehabt mit so einem kurzen dicken stock während der fahrt das eine mal zuvor war es vielleicht zehn meter davor ist das gleiche passiert und ich habe die speicher gefunden die ist auch krumm die ist hier gegenüber jetzt ganz kurz zu dem gestrigen video da sind drei mindestens dreimal irgendwelche gegenstände auch vom baum runtergefallen ins wasser geplumpst deutlich das merkwürdige war dabei nicht so ein plumps geräusch sondern so ein klacken und merkwürdiges geräusch und dann war genau da an drei stellen ein bisschen weiter solche blasen aus dem boden gekommen das sah wirklich aus als wäre was reingesprungen reingeworfen worden und war unter wasser unterwegs und das war alles für mich sehr merkwürdig nach hinein die philosophie des clowns ist eine phänomenologie des scheiterns die poesie des unvollkommenen clowns machen das was man als kind nie machen durfte geh ordentlich steh gerade mach keinen lärm zieh dich ordentlich an etc die comic des clowns setzt dort an wo die erziehung des menschen noch nicht eingesetzt hat der clown bricht diese tabus und weg damit die unbewussten konditionierungen unseres gehörns aus der analen phase wir identifizieren uns ganz ganz tief drinnen in unseren unbewussten mit dem clown der sich traut diese tabus spielerisch zu brechen weil wir in diesem spiel das paradies der unschuld wieder erkennen in dem wir zu hause waren bevor man uns die erkenntnis von gut und böse reinheit und schmutz höfigkeit und unhöfigkeit beibrachte also das kindliche der clown spielt nie für ein publikum er spielt mit dem publikum er schafft einen kontakt mit jedem einzelnen jede reaktion des publikums kann eine wendung des spiels bewirken er macht seine erfahrungen mit dem publikum und komponiert das stück mit dem publikum gemeinsam es ist es geht um das improvisieren das jetzt die clowns unterscheiden sich von schauspielern darin dass sie nie vorgeben etwas zu sein was sie nicht sind sie nehmen nie haltungen und rollen an sondern sie sind dichter und darsteller zugleich sie haben nie die geringste distanz zu ihrem handwerk ihrer arbeit ihrem körper ihrer kunst sie sind ganz sich selbst ein guter clown hat immer echte große probleme und findet immer lösungen die völlig absurd sind aber wenn es dann klappt liebt ihm das publikum gerade deshalb jetzt nur noch ein punkt das mit dem tod und hier vor allem der clown steht am rande der gesellschaft weil er ihr wirkliches zentrum ist hinter der kunst eines klaus muss immer eine ideologie stehen die aufgabe des clowns war es immer wie später die der soziologen gesellschaftliche vorgänge sichtbar zu machen und der psychologen menschliche reaktionen zu analysieren also er analysiert die menschheit dadurch und parodiert sie außerhalb der gesellschaft um den leuten klar zu machen wie merkwürdig alles ist dass das ganze leben eine komödie ist eine dramatische komödie auch weil ein clown egal ob er traurig ist oder lustig der baut das alles ein jetzt kommt aber das allerwichtigste was hier steht er kann den menschen die angst nehmen weil er ihnen ihre reaktionen vor augen führte und so die zukunft bereichung übermachte die uraufgabe der wissenschaft so ist es auch ganz logisch dass den clowns in den frühen kulturkreisen eine mittlerrolle zwischen den menschen und den göttern zu gefallen ist hermes ist der gott der clowns mit einem stab immer unterwegs nirgend zu hause aber überall willkommen und das ist jetzt wichtig ein wichtiger aspekt ist die arbeit der clowns in den spitälen und so weiter gut das fördert auch heilungsprozesse und so und man sieht schamanismus ist bisher schon drin psychologie und das ganze auch schauspielen aber wo kommt das alles her natürlich auch thema kachinas ich habe nur einen einzigen kachina ausgesucht das ist nämlich der kachina clown der oft die leute auch ein bisschen bisschen verarscht hat sich drüber lustig gemacht hat die farben schwarz weiß sind übrigens meine lieblingsfarben auch hier um es abzukürzen was bedeutet der clown kachina diese heilige clown kachina wird mit fruchtbarkeit regensonne mais und maispollen in verbindung gebracht also hier er spielt eine doppelrolle über natürliche geister und als kontrolleur der gesellschaft er testet sie aus und führt ihnen vor wie ja wie lächerlich es ist und der tod ist sein immer sein begleiter und freund das habe ich auch irgendwo raus gelesen also der hat auch keine angst vor dem tod sondern macht sich drüber lustig das gibt es nicht in deutsch habe ich deshalb sofort übersetzt aber hier zwar nur ein stern trotzdem wie das aussieht merkwürdig finde ich und was besonders ist das ist so heu nach oben sieht er das das ist hier zusammengebunden manchmal sind die so seitlich aber elvasen hat das auch wieder an diese vogelscheuche entfernt dieser künstliche mensch und diese wesen sind vermittler zwischen den göttern aber gleichzeitig auch führen sie die menschen vor sie mögen wassermelonen das erinnert mich an kappers die mögen gurken und wassermelonen und gurke ist vom geschmack her sogar irgendwie ähnlich habe ich so als kind empfunden was haben wir denn hier acht fachen stern ist bestimmt nur zufall hier ist er halt so dargestellt und im endeffekt sind das auch ein bisschen die hörner auch drin deshalb dachten die spanier die indianer beten teufel an und so nein es sind gutartige wesen die kinder auch beschützen menschen helfen vermitteln also eigentlich nur positiv sind aber eben ein bisschen bösartig auf eine nette art und weise so jetzt habe ich weiß es verdammte mist leute habt ihr das auch im kopf betelgeuse als ich nach deutschland gekommen bin 88 damals da war das gerade im kino erster teil und ich glaube jetzt wird der zweite gedreht das ist glaube ich der zweite leute guckt euch die farben an jetzt muss man sich vorstellen die beiden sind umgekommen und waren als geister und da war da dieser betelgeuse wenn man dreimal seinen namen sagt kommt er wieder auftaucht tauchte auf absolut das ist ja dieser clown das war gar nicht so geplant ich improvisiere gerne auch wenn ich meine videos teilweise damit versaufe aber ihr seht dass das doch nicht abwegig ist und dass das wieder mal bekannt ist gerade diese farben clown vermittler zwischen den toten auch bösartig aber gutherzig vielleicht kennt ihn einer diesen film aber es geht um diese toten welt ist ja da auch glaube ich verflucht und kann sich durch diese guten taten irgendwie befreien davon ich bin mir da gar nicht so sicher das ist wirklich lange her also wie man sieht sind die kachinas eigentlich so heilsbringer beschützer die etwas vielleicht durchgeknallt sind aber sie haben nichts schlimmes im hinterkopf und hier als abschluss clown und tod waren immer schon todfreunde gefällt mir der clown spielt mit dem tod er umarmt ihn er steppt in der manege wird auf der eine ware unter einem schwarzen tuch hinausgetragen taucht plötzlich wieder hinter den trägern auf und torkelt bei einer chopin artigen trauermusik wild gestrikulierend wild gestrikulierend und lautstark weinend als einziger trauergas hinter seine eigene leiche her das leben ist nur ein wandernder schatten ein armseliger kommandiant der seine stündchen auf der bühne kapriolen schlägt und dann nicht mehr vernommen wird das leben ist ein märchen erzählt von einem clown großmäulig und farbenfroh aber bedeutend tut es gar nichts ja das ist von einem clown so ein spruch so farbenfroh sind manche clowns von den kachinas gibt es 500 und ich habe euch nur den einen vorgestellt eingelазerm ihr sogar eine ihr ihr 8